hallo meine lieben freunde und ein herzliches willkommen zurück zu einem neuen kleinen indie horror game hier auf meinem kanal heute spielen wir gemeinsam on the bus ja ich habe keine ahnung warum es genau in diesem spiel geht ich weiß nur es hat mehrere endings und die werden jetzt auch versuchen gemeinsam zu spielen es soll nicht allzu lange gehen und ja kommt mir ganz gelegen weil ich ja ja auf dem was heißt auf dem weg weil ich jetzt bald in den urlaub g beziehungsweise wenn dieses spiel rauskommt müsste ich jetzt im urlaub sein und ja ich habe euch ja gesagt mit den größeren spielen kommt mich wahrscheinlich ein bisschen in verlegenheit deswegen ja ein bisschen was kürzeres bisschen was kleineres und da wären wir auch schon so wir sind im bus wir fahren auch im bus ich kann mich bewegen im bus was ist das im bus weiß keiner was das ist ich sollte ihn nicht aufwecken okay dann halt eben nicht schulder lieben heim ist nur gerade er ist ja angekommen hallo boy talk to him or do nothing natürlich reden wir mit ihm ha 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 Ähm, okay, wie du das hinbekommen hast, das musst du mir später noch verraten. Ähm, okay, ich habe ein bisschen Motion Sickness. Ähm, du musst wissen, ich sitze hier seit, äh, schon einen halben Tag, okay, auf meinem Weg nach Hause. Ich habe, ähm, die letzten zwei Jahre, äh, okay, die letzten zwei Jahre, boi, ähm, Frage, du hast schon mitbekommen, dass die letzten zwei Jahre hier sowas kursiert ist wie, äh, wie Corona. Also, ähm, nur so just talking, also just saying, äh, naja, ja, äh, hatte kaum Kontakt zu meiner Familie. Äh, es war nur mein kleiner Freund hier. Äh, ähm, okay, ich, ich, er will ihn seiner Familie vorstellen und er glaubt, äh, sie werden ihn lieben. Insbesondere seine Mutter und seine Schwester, sie lieben Tiere, ha, ha, öh. Äh, äh, okay, ich habe gehört, dass, äh, reden hier, ähm, ihn von der Motion Sickness, dass es ihn ein bisschen leichter machen kann. Und er fühlt sich ein bisschen besser, glaubt er. Ja, anyway, thank you for your... Okay, wie dem auch sei, ich danke dir, dass du dir meine Geschichte angehört hast. Ja, bitteschön, gern geschehen. Hier, nimm das. Ich habe diesen Kaffee gekauft, bevor ich in den Bus gestiegen bin. Aber ich glaube, ich kann ihn nicht genießen. Okay, wir haben also ein Käffchen. Ähm, ich weiß nicht, was ich jetzt mit dem Käffchen machen soll, aber gut. Hehehe, 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 hehehe. I'm just a duck. I love it. Okay, also wir, wir haben hier eine Ente. Wir haben eine Ente an Bord. Okay. Hier klingelt ein Handy. Hallo. Hi, boy. Dammit, not this one. Was, verdammt nochmal, nicht, nicht das... Hä? Sprich zu ihm, gib ihm den Kaffee hin oder mach nichts. Äh, talk to him. Hm. Was ist los, Junge? Äh, ich bin nur Zeit totschlagen, während ich die Zeitung hier lese. Äh, was, aber ich war dann in Eile. Also habe ich die Falsche genommen. Ja, das ist es dumm gelaufen, ne? Ähm, still the latest, but not from my farewell. Ah, okay. Zwar die letzte, also die, ähm, zuletzt herausgegebene, aber nicht von seiner, von seinem liebsten Verleger. Ja, ja, und diese ist bescheiden. Ja, das, das tut mich sorry. Äh, ja, äh, tut mir leid, ist, ist nicht dein Problem. Ja, ne, nicht wirklich, aber ich habe dich ja angequatscht, also red ruhig weiter. Ähm, so, was, was machen wir denn jetzt? Uh, oi. What? Ich, ich kann Licht an und aus machen, ist das bei mir? Bin ich mit, mit, mit leuchtender Taschenlampe hier drin rumgerannt? Habe ich eine Taschenlampe? Ach, shit, ich kann nicht nachgucken, aber... Äh, okay. Das ist... Wow. Ich, ich kann crouchen. Das, so viel steht schon mal fest. Hi, boy. Äh, he seems very focused. Ja, ja, talk to him. Stör mich nicht, während ich fahre, Junge. Geh zurück auf deinen Platz. Nein, ich will auch nicht mit dir reden. Stör mich nicht, während ich fahre, Junge. Geh zurück auf deinen Platz. Du wiederholst dich. Turn on the radio, yes. Party, Leute, Party! Okay, das ist kein Partybus. Ah, scheiß Mücken hier bei mir im Zimmer. So, okay. Dann sterb doch vor Langeweile. Ich steig aus. Ja, ich will raus hier. Lass mich raus. Ich nehme jetzt meinen Kaffee und, äh, gehe nach Hause. So. Okay, Ending 1 von 5. Nach Hause gehen. Ja, perfekt. Läuft für uns. Läuft. Da sind wir wieder in unserem lieben Bus. Äh, ja, was mache ich denn jetzt? Ich weh, ich weh, ist es nisch. Ich weh, ist es nisch. Quatsch, wird den nochmal an hier. Er schläft. Weck ihn auf. Nein, wir wecken ihn natürlich nicht auf. Warum auch? Könnte ja so einfach sein. So, hi, boy. Wir reden nochmal mit ihm. Zu ihm, ja. Ha, ha. Oh, hello there. Didn't see you there. Das glaube ich dir immer noch nicht, dass du mich nicht gesehen hast. Ich bin nicht zu übersehen. Junge, ich spinne wie ein riesengroßer Fettfleck auf dem Globus. Ja, also, naja, gut. Ja, du hast Motion Sickness. So viel wissen wir schon. Blablabla, für zwei Jahre, genau. Bärbelige, ja. Kaum Kontakt zur Familie. Und, genau, vor Langeweile sterben. Und, genau, die Ente in die Familie einführen. Und einführen. Und natürlich werden Mom und Sister das Einführen ganz besonders lieben. Nein, 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 nein. Das habe ich nicht gesagt. Das habt ihr nicht gehört. Okay. Ja, ich kriege jetzt von dir einen Kaffee, genau. Gut, 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 gut. Dann habe ich jetzt einen Kaffee. Was mache ich jetzt mit dem Kaffee? Was mache ich jetzt mit dem Kaffee? Das ist eine komische Straße. Ja, ich blende dich. Oh, ich kann dir den Kaffee, glaube ich, geben, ne? Give him the coffee. Ja, das machen wir doch. What's it now, Young? Was ist das denn jetzt, Junge? Oh, ist das für mich? Das ist aber nett von dir. Okay, ich mache gerade aktuell was für Starbucks. Ah, ja, okay. Ich kriege immer, ja, für Nachtschichten wie diese bekomme ich immer einen. Aber ich muss immer warten, bis ich die letzte Haltestelle erreiche. Essen oder Trinken im Dienst ist gegen die Regeln, verstehst du? Aber als Dank, lass mich dir eine lustige Story erzählen. Die Stadt, in der wir uns aktuell befinden, da war eine glückliche Familie, die hierher gezogen ist. Sie waren nett, sie waren, ja, joyful, waren glücklich und, ja, fürsorglich. Was auch immer, diese Nachbarn sagten, eines Tages wurden die Mutter und die Tochter ermordet. Okay, ihre Augen wurden ausgestochen. Der Culprit have not been, ähm, ja, weiß ich, der Täter oder der Beschuldigte, der Verdächtige, wurde bis jetzt noch nicht verhaftet. Und das letzte, ähm, fehlende, oder vermisste Familienmitglied seither, äh, achso, das letzte Familienmitglied wird seither immer noch vermisst, so. Manche sagen, er ist schon, er ist auch tot. Äh, manche sagen, er, okay, er ist eine Art Spielzeug für den psychopathischen Mörder geworden. Hm, hm, okay, hm, alles klar. Zu viel für eine lustige Story, hm? Ja, die war sehr lustig, also, ich muss ich schon sagen, ich, hm, ich lache gerne, ja, und gerade über solche Geschichten, warum nicht, um Gottes Willen. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man da Mitgefühl und Trauer empfinden kann, das ist ultra lustig, Leute. Also, wenn euch jemand mal erzählt, dass, äh, jemand gestorben ist, dann, um Gottes Willen, keine Beileidsbekundungen, sondern richtig schön lachen über diese Geschichte, ja. Wow. Ähm, okay, äh, ja, äh, okay, du, du kannst über diesen, äh, Fall in der Zeitung lesen. Äh, nimm es hier, wenn du möchtest. Ich bin fertig mit Lesen. Äh, diese Zeitung hier. Ja, okay, und wir machen Musik an. Na, ich mach sie lieber aus, ich, ich bin mir nicht sicher, ob, ob das nicht wieder zu Problemen führt. Ähm, hey, hey Brudi, du wolltest doch eine, eine ordentliche Zeitung lesen. Hier, in der, in der, in diesem Schmierblatt hier, da steht eine lustige Geschichte drin, willst du die lesen? Äh, ja, gib mir mal die Zeitung hier. Ah, diese Zeitung. Das ist exakt die, nach der ich gesucht habe. Du gibst sie mir? Vielen Dank, Junge. Hier, nimm das. Das sind, äh, Gingerbiskuits. Also, äh, Ginger, ähm... Äh, na, sagt mir das deutsche Wort für Ginger. Ginger, Ginger, Ginger ist, ähm, ähm, ähm... Oh, mir fällt's nicht ein, vielleicht fällt's mir nachher noch ein. Äh, meine Tochter hat sie gelebt, aber ich bin nicht in der Stimmung, sie jetzt zu essen. Die schmecken echt gut, ich kann's dir versprechen. Ähm, ähm, it even is the symptoms of... Oh, oh, okay. Okay, ich, ich, ich... Motion sickness, die kann ich dir geben, Brudi. Äh, ja, die Biskuits geben. Oh, ist das für mich? Danke, aber ich fühle mich, ich, ich fühle mich nicht so, als würde ich sie hier jetzt essen wollen. Okay, ich will, äh, oder ich werde mal ein bisschen probieren. Crunch, 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 crunch. Hm, dieser Geschmack, it's ginger. Äh, Mensch, was ist denn Ginger, Himmel? Herrgott, nochmal. Ähm, ihr wisst schon, das ist diese Wurzel, das ist, dieses, ähm... Ah, Ingwer, Ingwer. Jetzt ist klar. Crunch, crunch, crunch. Wow, ich fühle mich so viel besser jetzt. Du bist mein Lebensretter. Ja, ich weiß, ich bin ja auch ein Mitglied von Baywatch. Ähm, ich kann dir gar nicht genug danken. Hier in meinem Koffer, ähm, sind ein paar Souvenirs, die ich gekauft habe. Du kannst eins aussuchen, was du magst. Oh, yeah. Äh, hier drin, bist du sicher? Ah. Äh, search it. What the fuck, was ist das denn? Ähm, gefunden. Eine alte Schere, einen Blumentopf und, äh, ein Seil. Pfff, okay. Ähm, ich, ich nehme, was nehme ich denn? Ich, ich nehme... Keine Ahnung, ich nehme das Seil. Ich weiß zwar nicht, was ich damit anfangen kann, will, soll, aber ich nehme es einfach. So, was ist denn das hier eigentlich? Ich kann da nichts machen, ne? Schade, schade. Ja, er schläft immer noch. Weg ihn auf. Ah, ich habe gedacht, ich kann ihn vielleicht aufhängen oder so. Oder, keine Ahnung, Carbonidiana spielen. Kann ich, kann ich die Ente vielleicht damit... Nein. Nein, es ist immer noch nur eine Ente. Ähm, ja, okay, Fahrer, dann, äh, bitte einmal aussteigen lassen, weil ich, ich habe das Gefühl hier... Äh, ja, hab noch einen nice, äh, noch einen nice Tag, Junge. Ja, 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 hm. Ähm, wenn der Tag herangebrochen ist, red mal drüber. Diese blöden Mistviecher. Äh, das ist es, was ich am Sommer hasse. Ansonsten liebe ich ihn. Ja, dann lass mich mal bitte raus hier, weil, äh... Hier gibt es für mich nichts mehr zu tun. Welches Ende reichen mir jetzt? Oh, gar keins. Ähm, okay. Okay, was ist das denn? Oh, laufig jetzt. Was ist jetzt meine Mission? Hallo? Oh, weiterlaufen kann ich nicht, irgendwie? Warum lassen Sie mich in den Wort zwei laufen? Gibt es irgendwas, was ich machen kann? Kann ich mich in den Schatten raus schmeißen? Nein, ich habe auch nicht ins Meißfeld. Einbett und Kornfilme, das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und du bist schon dabei? Ja, gut, okay. Was ist das? Bus, stopp. Was ist das da oben? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, kann ich hier irgendwas dann machen oder wie oder was oder wo? Oh, was ist das? Benutze das Seil. Oh. Ende vier von, okay. Oh, scheiße. Wir haben uns da hängt. Das ist, ähm, dezent kacke. Hätte ich jetzt mal behauptet. Ähm, ähm, boah, kann ich, kann ich Einfluss drauf nehmen, wenn ich, wenn ich von dem Typen ein anderes Geschenk annehme. Warte mal, ähm. Okay, wir haben den Kaffee, ähm, warte mal, den Kaffee hatte ich aber auch, den konnte ich doch auch dem hier geben, hier. Oder, was, was passiert denn dann? Ich gebe dir jetzt mal den Kaffee. Äh, ist der für mich? Ja. Was? Ja, er ist kalt, okay. Ich, äh, ich mag's lieber heiß. Aber, äh, vielleicht, äh, vielleicht, äh, geht's ganz gut mit, äh, mit meinen Biskuits. Danke dir, Junge. Hier, nimm, äh, nimm diese, äh, Pizza. Frag mich nicht, äh, wo oder warum ich sie aufgehoben hab. Das sind Dinge, die man besser umgeklärt lässt. Äh, ess es oder mach was immer du willst damit. Ist mir egal. Aber, äh, fütter keine Tiere, äh, wie diese Ente dort. Ähm, warum ist da eine Ente in diesem Bus? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber, okay. Wir sollen, er hat gesagt, wir sollen Tiere wie diese Ente füttern. Hab ich schon richtig mitbekommen, ne? Ja, ja, natürlich. Also, äh, hier, Enti. Bitteschön. Äh, was passiert jetzt? Äh, force it, force it, okay. Krass. Oh, wow, 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 wow. Ähm, Enti, was hast du getan? Diese verdammte Sohn, eine Ente. Ah, ich werde sie, ich werde sie rösten, wenn ich sie jemals wieder sehe. Okay, äh, sie hat die Rose fallen lassen. Kann ich die aufheben? Tatsache. Was mache ich jetzt mit dem Röschen? Ein Röschen für das Döschen. Nein, du, du willst keine Rose, also kriegst du keine Rose. Crunch, crunch. Äh, äh, okay. Er genießt gerade seinen Snack. Äh, äh, ne, kann ich nichts machen. Kann ich jetzt den Burschen hier aufwecken? Wake him up. Äh, nein, ich darf ihn immer noch nicht aufwecken. Ja, was mache ich denn jetzt mit dieser blöden Rose hier? Ich weiß es nicht. Do what you want, but don't forget the young man. Äh, willst du die Rose haben? Willst du die Rose kaufen? Ey, was hast du mit meinem Freund gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Jetzt will keiner mehr diese Rose, oder wie? Was ist das? Hey, was, was, was ist das? Was hat das? Da ist doch was. Was ist das? Kann ich das aufheben? Moment, da war was. Das hat sich doch gerade... Warte, hä? Nö, nö, tut sich nichts. Kann, kann ich nichts machen. Ähm, ja, keine Ahnung. Dann steigen wir wieder aus. Jetzt haben wir ein Ende Rose dabei. Ah. Äh, place the Rose here. Okay, wir platzieren mal die Rose und dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Äh, Ende 3 von 5. Möge deine... Möge deine... Wow. Fuck. Möge deine, deine Seele in der Hölle schmoren. Fuck. Krass, Leute, krass. Echt krass. Okay, ähm... Ich möchte aber gerne noch die anderen Sachen hier aus dem, aus dem Koffer haben, aber... So. Ja, ja, ich weiß. Wie gesagt, ich gehöre zum Team von Baywatch. Also, alles gut. So, dann, äh, machen wir diesen, vor allem mal, der Deiten-Koffer mal auf. Und, äh, da finden wir, genau, das Seil, den Blumentopf und die Schere. Äh, wir nehmen einfach mal den Blumentopf mit, würde ich sagen, oder? Für, weiß ich nicht, Mami oder so. Ähm, gut, aber ich glaube, wir können hier so weiter nichts machen. Das heißt, wir steigen wieder aus. Ui. Und damit wären wir dann wieder hier am, äh, an der Bushaltestelle. Und, äh, wir wissen einmal mehr nicht, was wir jetzt machen sollen. Okay, wir stellen den Blumentopf anscheinend hier ab, so wie wir die Rosefränge abgelegt haben. Und dann kann ich mich schon wieder nicht bewegen. Aha, okay, wir haben schon wieder Ende 3 von 5 erreicht. Also, es macht keinen Unterschied, ob wir die Rose hier ablegen oder den, 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 den Blumentopf. Ähm, ja, dankeschön. Das heißt, wir gehen nochmal in die Hocke, machen diesen, diesen Koffer auf. Na, Koffer. Jetzt ab. Search it. Ähm, genau. Und nehmen jetzt, ähm, die alte Schere. Wobei ich keinen blassen Schimmer habe, was ich jetzt mit der Schere anfangen soll. Wow. What the... Alter, was... Scheiße. Was... Okay. Das, das nenne ich mal Blutbad. Also... Wo haben wir seinen Kopf gelassen? Damit haben wir Fußball gespielt, oder? Darauf hören wir erstmal eine ordentliche Packung Musik. So, und du hättest wohl nicht so viel geschlafen hier. Hast dein ganzes Leben verpennt. Okay, ähm, wir verlassen den Bus. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ja, Ending 2 von 5. Der letzte Halt. Okay, okay. So, Radio aus. Äh, uns fehlt immer noch ein Ende. Uns fehlt immer noch ein Ende. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das erreichen. Ich weiß nicht, wie viel von diesen Mistviechern hier noch umfliegen. Er schläft. Ich wecke ihn nicht auf. Kann ich... Kann ich irgendwas... Habe ich noch irgendwo eine andere Option? äh... Okay, nein. Kann ich... Kann ich mit der Ente irgendwas machen? Ich kann diesen Zettel hier aber auch nicht lesen. ich kann mir nicht helfen ich habe das Gefühl, dass es irgendwas damit auf sich hat aber ich kann das Ding das fühlt sich immer so ganz kurz so für einen ganz kleinen Augenblick ich bin der Meinung ich müsste das hier aufheben aber irgendwie funktioniert das nicht es ist furzpiep egal wie ich mich da hinstelle ich weiß es nicht das funktioniert nicht okay keine Ahnung so dann ich will mir die Geschichte nicht wieder anhören ehrlich nicht so wenn ich jetzt aussteige dann habe ich das Ende 1 und 5 nach Hause gehen einfach nur nach Hause gehen und ja äh gut ja was mache ich denn jetzt hier noch hier ist sonst nichts mehr hier ist sonst nichts mehr er solltet ihr nicht anfassen ohne Erlaubnis ja es ist okay lass mir eigentlich oh ich kann den Zettel lesen an Notepad da steht eine Zeile geschrieben was du in der Hand hältst wird dein wird dein Schicksal entscheiden was ich in der Hand halte wird mein Schicksal entscheiden okay und was was halte ich in der Hand okay das bezieht sich wahrscheinlich auf die auf die ganzen Enden wo wir jetzt hatten nehme ich jetzt mal an weil mit dem Seil haben wir uns ja erhängt mit der Schere haben wir hier einen Massenmord veranstaltet ein Massaker ähm mit dem mit den Blumen egal ob jetzt die Rose oder oder den äh Blumentopf haben wir ja unserem Vater alles mögliche an den Hals gewünscht in der Hölle ähm und wir hatten nichts in der Hand und sind einfach nach Hause gegangen so Leute ich ähm es tut mir leid ich mache sowas eigentlich wirklich ich nicht gerne aber ich habe jetzt nochmal nachgeschaut was ich machen muss und es ist tatsächlich so ich äh ich muss die Ente füttern mit der Pizza dann äh macht der Busfahrer diese Vollbremsung und äh also sowas jetzt ein bisschen im Video was ich gesehen habe ähm der macht dann die Vollbremsung und dann das was unter dem Sitz liegt da wo ich die ganze Zeit sage das triggert mich das ist ein Feuerzeug und das müsste ich dann eigentlich aufheben können und dann kann ich mit dem Burschen da reden und äh kriege dann noch das letzte Ending so genau jetzt kriege ich die Kaffee äh jetzt kriege ich die Pizza ja ja und füttert die Ente aufgeben naja so ah jetzt hat mich was gestochen Mistviecher so genau der hat jetzt hier die Bremsung gemacht und jetzt müsste ich mich eigentlich ja ja eigentlich ne das funktioniert nicht das funktioniert immer noch nicht doch doch komm schon boah wisst ihr was Leute sorry mir fehlt jetzt echt die Geduld dazu das boah ich kriege gerade Puls echt ich ich spüre richtig wie mir das das Herz des Rasen anfängt ja das regt mich gerade so dermaßen auf nein äh sorry Leute ich mache an der Stelle Schluss ist mir wenn ihr das letzte Ende sehen wollt ähm guckt bitte auf YouTube ähm da gibt es das Spiel ähm noch in mehreren oder bei mehreren anderen äh Creatern zu sehen meist in Englisch und ja schaut euch das letzte Ende dort gerne an ich ähm tue mir das jetzt nicht mehr an ich hoffe ihr habt Verständnis dafür lasst mir trotzdem einen Daumen nach oben da und ja wenn noch nicht geschehen dürft ihr gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren ich freue mich euch beim nächsten Mal wiederzusehen und bis dahin habt einfach eine schöne Zeit und tschau tschau und das